Leute, ihr habt ja mitbekommen, wir haben jetzt unseren Fokus Gaming Raum, der ist auf jeden Fall richtig, richtig nice geworden, mit den nicesten Sachen ausgestattet, beispielsweise unsere Stühle haben wir von Nobelchair bekommen, danke dafür. Ja, ist auf jeden Fall mega nice, so gemütliche Stühle zu haben, ich habe ja auch eins zu Hause, also ich spiele den ganzen Tag eh mit denen, ich bin hier den ganzen Tag gefühlt mit anderem Brot, gegen anderem Brot, also sehr, sehr, sehr nice. Ihr könnt die Jungs gerne abchecken, Link zu Nobelchair ist in der Beschreibung. Hey Freunde, herzlich willkommen auf dem Kanal von Fokus, wir haben uns heute hier versammelt, Danny, Fabian, Sidney, ich und Victor und wir spielen Passwort, Freunde. Das ist jetzt glaube ich das zweite oder dritte Mal für mich, ich habe zweimal verloren, meiner Meinung nach, oder einmal, wer war, habe ich noch nie gewonnen. Als wir im Team waren, als wir im Team waren, haben wir gewonnen, doch, auf Metaday damals. Waren wir in einem Team? Ja, eines der ersten Videos. Ach ja, stimmt, da habe ich gewonnen, geil. Wir spielen das auf jeden Fall heute, ich bin mit Sidney Frieden in einem Team, 1, 2, 3 Fokus, 2 Mates, Freunde, 3 Mates, wir sind da, wir sind da, mit sehr viel Selbstbewusstsein gehen wir da an die Sache ran. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, 10.000 Likes ist das Ziel, das Format kommt immer sehr gut an und Victor erklärt es euch jetzt nochmal. Ja, genau, ich habe mir ein paar Begriffe rausgesucht, die ihr so nur mit einem Wort beschreiben dürft. Sagen wir mal, der Begriff ist Auto, dann könnt ihr Lenkrad sagen von mir aus oder irgendwie sowas, irgendein Begriff, der es halt beschreibt und der andere muss es dann versuchen zu erraten mit der einen Begriff Beschreibung. Natürlich könnt ihr die ganzen Begriffe zusammennehmen irgendwann, wenn irgendwann dann der Fall irgendwie ist, dass ihr schon fünf Begriffe hin und her gesagt habt, könnt ihr natürlich daraus auch eine Lösung bilden. Okay, also immer abwechselnd, ja? Genau. Ich sage Lenkrad, Fabian sagt Reifen und dann ist es Auto. Aber wenn du Lenkrad sagst, dann kann Eli schon einen Tipp abgeben. Easy. Okay, dann schicke ich mal. Ich bin gespannt, Mann, ich bin gespannt. Ich hatte 15 Siege oder so in Folge, jetzt eine Niederlage, mal gucken, ob ich jetzt 15 Mal am Stück verlieren. Also das ist jetzt mein Begriff. Ja, von uns beiden, wir müssen jetzt beschreiben. Okay. Du darfst gerne anfangen. Okay. Okay, nee, nee, fang nur an. Ja. Ja. Äh. 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 Tier. Wuselig. Eischhörnchen. So bist du. Wait a minute. Aber Fabian hätte ich doch was sagen dürfen. Fabian hätte schon was sagen dürfen. Das ist kein Punkt. Ah, scheiße, scheiße. Das ist sogar... Was? Fabian sollte sowieso nicht Eischhörnchen sagen. Nein. Ja, aber darum geht's ja nicht was. Sie muss was sagen. Scheiße, Digga. Ich hab voll vergessen. Achso, sie muss was sagen. Ich dachte, ich... Ich hab's verkackt. Eins nur für dich. Eins nur für dich. Nein. Egal, ist okay, ist okay. Aber wir haben einen Punkt geholt eigentlich hier. Ich merke noch. Nein, wir wissen es. Weiß ich nicht, ob sie Eischhörnchen gesagt hat. Aber okay. Eins nur für dich. Doch. Hättest du ja Eischhörnchen? No. Tifa. Hm. Ultimate Team. Ultimate. Ne. Design. Ist das ein Wort, ganz kurz? Ja. Es sind ja auch Eigenwörter dabei. Also es ist in einem Wort. Okay. Ultimate Team würde zum Beispiel auch ein Begriff sein. Ja. Cover. Ne. Fretter? Gibt's mir? Event. Was war Fabiens Wort nochmal? Was sie gesagt hat? Design. Design. Event. Totti. Ne. Leak. Freeze. Upgrade. Upgrade? Leak? Design? Irgendeine... Keine Ahnung. Event. Gab's noch? Event. Ja. Team of the Season. Äh. Das ist auch scheiße von euch. Ehrlich. Ist auch scheiße von euch. Sag mal. Ich glaube das erste Wort von Sydney hat euch verwirrt. Das ist mein erstes Wort von FIFA. Oder meinst du Event? Ja Event meine ich. Ähm. Farbig? Ich weiß es glaube ich. Farbig? Ja. Ist doch jede Karte von dem Event Farbig. Ja. Machen wir mal. Machen wir mal. Die denkt zu kompliziert. Die Männer sind verwirrt. Ja die denken zu kompliziert. Na? Ich weiß es glaube ich. Ich glaube ich weiß es. Team of the Match. Hätte ich auch gesagt. Nein. Man of the Match. Ja. Sag ich. 5.19. Das heißt ja geil. Ja. Ja. Keine Ahnung. Nikta. Ich glaube ich nicht zuführend. Nein. Ich glaube die koche ich nicht mehr drauf. Ja. Dann halt null Nummer. Keiner kriegt was. Special Card. War der Begriff. Ah. Ja. Okay. Upgrade war eigentlich gut. Und Farbig auch von Fabian. Ja. Special Card. Eigentlich habt ihr gute. Hm. Okay. Boah ich hab's. Ich hab's so krass. Timer. Ich hab's eher gemacht. Timer. Tschö. Mann. Wenn ich ein Falsches sag dann habt ihr es direkt. Ähm. Ja. Konferenz. Ist geil. Willi sag's mir. Hymne. Champions League. Du bist es. Wir sind die Besten. Du bist es. Ich hätte Königsklasse gesagt. Ja. Also das wäre auch gut. Du dürfte ich bei Dienstagskonferenz sagen. Ja. Und dann hat Victor gesagt. Steht nicht im Duden. Und dann hätten wir dir. Ja. Schon wieder. Unterwegs gewesen. Ha. Ha. 1-1. Kein starker Tag hier heute leider. Ich hab was. Ich hab was. Ich hab was. Stelzen. Kräten. Yes. Oh. Yes. So stark. Alles gut. Ey ihr seid so in eurem Insidergelaber drin. Kräten klar schätzen. Was ist denn das so? What the fuck. Das ist Qualität Elli. Ja okay. Soll ich anfangen? Ja. Wow. Pff. Das ist schwer. Hm. Okay lass mich mal kurz überlegen. Toilmode. Man darf nur ein Wort sagen? Ja. Also darf ich. Ja. Pff. Das ist voll schwer mit einem Wort. Ja. Ja. Was soll ich dir erzählen? Ähm. 6 1.5 Stunden später. Hertha. So. Damit. Bundesliga. Oh mein Gott. Was? Was? Hä? 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 Eine wegen Liga. Bundesliga 2. Äääh. Äääh. Alter Schwede. Die sind die besten. Getränk. Jetzt muss ich raten was das andere Wort gibt. Oh mein Gott. Wort Sportgetränk gibt's. Das heißt das ganz richtig. Placement für irgendwelche komische Marken. Würden wir jetzt auch nicht machen. Deswegen wollen wir in die Richtung ganz gehen. Der Analytiker ist wieder unterwegs. Fokus. Fokus ist mit nix gepartnert. In die Richtung. Kunze dreh dich dann. Kunze dreh dich. Warte da. Äh. Das wird hier heute nichts. Ich sag ja. Ich bin gebrochener Mann. Ich hab Karriereende gleich mit dem Passwortformat. Ich tauche ja nicht mehr auf. Ähm. Mach Cola. Okay. Getränk. Ähm. Ich sag mal Willi. Willi. Ja. Getränk und Willi. Achso. Äh. Kaffee? Ja. 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 Keine Chance. Keine Chance. Ich war sogar bei Bohnen oder so, wenn ich Richtung Kaffee gekommen bin. Oh Mann. Da haben wir einen Punkt und den hab ich so geschenkt bekommen. Schmuck. 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 Schwierig. Schmuck. Lebenstraum. Der Schiri ist doch geschmiert, Mann. Der wird bezahlt von Eli. Was war das Wort? Lebenstraum. Lebenstraum. Das ist doch ein normales Wort. Was willst du für so, Benni? Lebenstraum. Haus? Naja. Aber ist okay. Beim nächsten hab ich dich. Lebenstraum und Challenge. Gehen euch ist ehrlich böse, ne? Weil alle Vorlagen, die ihr gibt, sind Insider von euch. Und wenn der andere Teampartner von einem die nicht kennt, dann ist es einfach nur das andere Team. Komm, Papsel. Willst du noch eine Antwort geben? Sonst? Ne, ich weiß nicht. Mhm. Okay. Sydney's. Hä? Das ist mein Wort. Sydney. Mhm. Sydney. Lebenstraum. Challenge. Auswandern. Jo. Jo. Challenge. Auswandern. Keine Ahnung. Was ist denn mein Lebenstraum? Einfach der Lost Clan. Das ist unfassbar. Ja, bisschen übertrieben vielleicht. Aber... Okay, mach. Kannst du auch nicht das Wort Bundesliga nehmen und dann sowas? So, like... Ja? Hau einen Tipp raus. Jetzt hab ich's beim nächsten. Ich glaub's auch. Format? Ne, doch nicht. Sehr gut. Reicht schon, welche Vermittler. Hört er gar nicht schön. Hä? Fabian, gibts da was? Ne. Gibt's nix. Ah, okay. Überleben. Ja, du bist so ein... Das ist die Übersetzung von Survival, Bro. Du hast die Übersetzung genannt. Was? Das hab ich ganz am Anfang gesagt. Übersetzen darf man nicht sagen. Ach, das zählt nicht oder was? Ich wusste nicht mal, dass es heißt Überleben. Ich wusste schon, dass Survival überleben heißt. Ja, okay, ich krieg den Punkt. Ey, wir haben noch nichts erraten, aber zwei Punkte. So, wenn wir uns in den Punkt sind. Ach, darf ich in den Punkt? Defense 4 hätte nicht gezählt? Hätte Defense nicht gereicht? Nein, dann denkt er verteidigen. Defense 4 ist ein Wort. Es gehört zusammen. Ja, so und so. Ist ein so'n Ding. Aber Hack, Lebenstraum-Challenge? Sydney. Sydney's Lebenstraum-Challenge. Ich dachte erst mal Fußballprofi. Das hab ich auch zuerst gedacht. Nein. Dann dachte ich, ja, auswandern wie ein Lebenstraum und dann... Du hast vor drei Videos in dem Video noch gesagt, dass dein Lebenstraum ist auf einer einsamen Ich dachte, also bis gerade eben dachte ich, es wird Dschungelcamp, ne? Dschungel. Ist das dein Lebenstraum? Ja, cool. Ist cool und so. Ich seh dich schon im Dschungelcamp. Wie viel steht's, ein 3-2? Weiß ich nicht. 4-2 oder vielleicht blöd. 4-2? Okay, dann mach mal. Wenn wir jetzt einen Punkt tun haben, haben wir gewonnen. Ne, du brauchst nur einen Punkt. Beziehungsweise sechs Unentschieden reicht. Okay. Also wenn keiner das weiß. Quark. Das ist einfach, Digga. Da hab ich nicht mitgerechnet. Ja. EG. Also ich hab zwei Varianten. Also es gibt zwei Wörter, die es eigentlich... Ja, dann sag mal der nicht. Ne, also das ist auch wie ein Insider, weil ich... Bei dem, den kenn ich jetzt diesmal nicht. Ist auch schwer. Das kannst du mal so erraten. Jetzt kannst du es selber wissen. Bei Quark. Ja ist schwer. Ja, ja, ist schwer. Warte mal, es ist jetzt, sie hat Quark gesagt und du hast Pups. Ja, also es können jetzt die zwei Wörter sein, eins von den beiden Wörtern. Du sagst jetzt dein Wort, Pups. Äh, Furzen, Furz. Was passiert denn hier gerade? Was passiert hier? Ihr habt nochmal eine Chance einen Punkt zu holen, das sagst du. Hä? Weil der absolut lustiger. Quark und du sagst Pups. Digga, wenn es das eine Wort ist, dann bist du dumm, dann hast du das so scheiße erklärt. Fabian, ich hab Quark gesagt, nicht Quark, das Essen. Ja, ich weiß, mach. Ah, also Quark, so das was Enten machen, das. Ja. Ach so, blöd. Ja, okay. Soll ich noch was sagen oder hast du Antwort? Du hast halt Ely gesagt, Furz? Mhm. Mhm. Ja. Okay, Fabian, gib jetzt. See. Oh Mann, Sydney, das hast du scheiße gemacht, Digga. Nee, 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 nee. Ich weiß es immer noch nicht, Mann. Das ist nur ein Insider. Hä? Das hast du ja richtig scheiße gemacht, ehrlich. Ich hab extra gefragt, Digga. Ich hab extra noch so gefragt gehabt. Du hast deine Fragen, oder? Nein. Ja, aber dann hast du's voll scheiße gemacht, Digga. Dann hast du's richtig kacke gemacht. Lass Denny jetzt machen. Kein Plan, Mann. Enteig, was weiß ich, Mann. Falsch. Falsch. Sag. Sag ein Wort. Ähm. Okay. Tier. Ente. Das Wort ist Ente. Das Wort ist Ente? Digga, sag doch Tier. Sag doch Tier, eins, zwei, zwei, drei. Du hast gesagt, entweder ist es das Tier oder du. Es wär voll blöd, wenn ich ein Tier sage. Genau, entweder ist es das Tier oder Pup. Oder der Pups. Und du sagst. Was, oder der Pups? Ja, es ist Pups. Weil Enten, du sagst immer Enten. Ja, aber dann sag doch Tier. Dann wüsste ich ja. Digga, Dengga, Dengga, nach Quark. Wie kann man da nicht auf Ente kommen? Ja, ich dachte, sie meint wegen Pupsen. Quark, Quark. Ich meinte, ich meinte, ja, ich weiß. Also ist ja okay. Es war entweder Pups oder Quark. Oder Ente. Zwei Idioten. Ich glaube, wir hätten den jetzt so runde lassen sollen. Das war's vom Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. 10.000 Likes ist das Ziel. Fred und ich sind auf einer Ebene. Es wird sehr schwer, glaube ich, uns zu schlagen. Stylo ist gut in den Spielen, ne? Nein, in dem Spiel aber jetzt auch nicht so krass. Das war halt der, der für ein Spiel. Fünft bisschen unfair. Da kamen ziemlich viele Insider von euch. Ja, ja, ja. Ich wollte halt einen eingespielten Teampartner und meine Insider, dann kriege ich es. Lass ein Like auf das Video da. Abonniert den Kanal, Freunde. Das war's von uns. Kuss geht raus. Kuss. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Kuss geht raus, jeweils。 Oh, ja, ja. Mögen war creier. Vielen Dank.